Jo Freunde, willkommen zu einer neuen Aufnahme von Fortnite, seid herzlich willkommen, und zwar das neue Update ist draußen, Tomatenkopf ist zurück und es soll sich einiges in Tomato Town getan haben, da schauen wir doch mal rinne. Und der Rissportal ist also der Taschenriss, den man sich so unterwegs schön mitnehmen kann, dann neuer Modus, auf jeden Fall nice, bin mal so gespannt, was das Update alles mitgebracht hat. Jo, gucken wir, das bleibt mal, äh, Tomato Temple, uh, haben wir aber ganz schön bald einen Weg vor uns. Ja, aber das sollte no prop sein. Auf jeden Fall können wir schon mal raus, damit wir in die Richtung gleiten. Dann gucken wir uns das Ganze mal an. Gehen wir mal so halbwegs runter, der Sturm braut sich schon auf. Ja, nice. Nein. Nein. Haha, gleich mal verkackt zum Anfang. Da hat sich auch gleich schon einer den Skin gekauft. Ja. Wir dämpfen mal. So. Gleich mal runter gucken, ob wir diesmal Glück haben. Wenn nicht, versuchen wir das nächste Mal mal Tinte draus zu geben. Das ist gut zu wissen, Tomato Town ist auch noch so ein Feuerring. Da müssen wir nämlich auch noch einmal durchküpfen. Da haben wir nochmal fünf Doppelpaar Sterne. Auf jeden Fall ultra nice. Ja, hoffentlich lascht uns da jemand rein. Das wäre richtig lustig. Wir sehen es ja dann noch. Aber hier geht das gar nichts, Alter. Ja. Ich habe nicht eine Truhe gerade. Schweige denn überhaupt eine Waffe. Gucken, ob da noch jemand in unsere Falle lag. Ja, verdammt. Ich habe sie zu offensichtlich platziert. Ich habe sie gesehen. Aber an der Decke war ja nicht möglich leider. Wir gucken, vielleicht latscht der nächste da gleich rein. Dann haue ich mich weg. Ja, auf jeden Fall lustig. Na komm, marschier da durch, Digga. Da passiert hier nichts. Ja, siehst du einmal tanzen, schon gut geladen. So will ich das haben. Genau so. So, alles klar. Dann können wir gleich gefiltert runter. Perfekt. Alles klar, ein Schluck. Ah, in der Runde davor, das wäre zu schön gewesen, wenn der dann meine Patte noch bleibt wäre. Komm schon, Kiste. Nö. Nö. Fuck. Shit. Ey, so ein Brachstard, Mann. Blöder Hund, ey. Ja, du dieser Pimmel-Lutscher. Wie zuckert wird hier für deine fette Mutter kaufen, ey. Ich bin so ein Blöder Hund, ey. Wie zuckert. Wie zuckert. Ich liebe das. Wie zuckert. Wie zuckert. Wie zuckert ist es. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.